Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heutschala und schau dir wieder für euren Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video von mir. Heute geht es nicht direkt um Collectibles, sondern um eine Währung und wie wir diese am besten uns farmen können. Die Währung schimpft sich dankbare Gaben oder wie ich fälschlicherweise immer zu sagen, die guten Gaben. Aber ich bemühe mich, mittlerweile klappt es da sich auch dankbare Gaben zu sagen. Ich habe mittlerweile schon ein bisschen was gefahren, 688 von dieser Währung hier auf Main und noch einiges auf ein paar Twings. Und was wir damit machen können, zeige ich euch jetzt mal als erstes, dass ihr entscheiden könnt, lohnt sich das überhaupt mir jetzt alle möglichen Wege anzuschauen, das zu farmen, wenn ich die gar nicht brauche. Als allererstes sei gesagt, die dankbaren Gaben können wir für alle möglichen Collectibles brauchen. Und zwar bin ich jetzt hier mal exemplarisch bei den Necrolords. Und hier seht ihr, wenn man zum Beispiel mit der Rüstungshändlerin quatschen, seht ihr, wir haben hier Mounts, die wir uns kaufen können. Wir haben einen Pad, wir haben dann auch x Transmog-Geschichten. Also ihr seht, wir brauchen für alle möglichen Sachen Anima. Und Anima kann man theoretisch endlos farmen, wenn man weiß wie. Und dann noch die dankbaren Gaben. Diese dankbaren Gaben sind so ein bisschen eine limitierte Ressource. Ihr seht hier auch, bei dem anderen Pakt-Rüstungshändler gibt es auch Items, die kosten auch überall dankbare Gaben. Ich habe auch mir das angeguckt mit einem Twink, der bei den Night Fae ist. Da ist es dann so, dass es nochmal eine zusätzliche Fraktion gibt, und zwar den Hof der Nacht. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Waren, die ebenfalls auch diese dankbaren Gaben brauchen. Heißt, wenn ihr interessiert seid an Transmog, interessiert seid an Pets, an, ich glaube das Toy braucht es nicht, aber an Mounts auch, dann sind die dankbaren Gaben eine sinnige Sache. Wie viel braucht ihr insgesamt? Das hängt jetzt sehr davon ab, bei welchem Pakt ihr seid und was ihr haben möchtet. Wenn ich bei den Necrolords alles kaufen wollen würde, und zwar als Druid. Warum sage ich hier Druid dazu? Weil jede Klasse andere Waffen tragen kann. Und ihr seht, hier werden mir jetzt einige Waffen angezeigt. Das sind hier 50 von den dankbaren Gaben braucht man pro Waffe. Und wenn ich jetzt alle reinpacke, dann sind natürlich auch noch Äxte dabei und Schwerter und andere Sachen, die ich jetzt aber als Druid gar nicht transmoggen kann, beziehungsweise auch nicht lernen kann. Ein Worry wird halt mehr dankbare Gaben brauchen als ein Magier oder ein Druid. Ein Druid ist, denke ich mal, so eine Klasse, die so mittelfiel braucht. Ich habe mir das mal zusammengerechnet. Ich brauche 775 dankbare Gaben, um mir alles kaufen zu können, was ich an Leder, Mounts, Pets und Waffen für ein Druid brauchen kann. Andere Klassen, ich schätze mal, der Worry wird vielleicht 1000 brauchen, vermute ich mal. Und ein Magier vielleicht 400 oder so. Also, so um die 6700, wenn ihr habt, seid ihr aber auf so der sicheren Seite oder ihr zählt euch das selber zusammen. Ich habe den Vorteil, dass ich das Mount hier, gepanzerte Knochenhuf-Taurerlust, von einem Rare bekommen habe. Einige Mounts, die man hier kaufen kann, kann man auch von Rares gedroppt bekommen. Kostet 100 dankbare Gaben. Können wir schon mal 100 abziehen. Heißt, ich brauche nur noch 675 und dann habe ich mir da oben auch noch ein Item schon gekauft, weil ich am Anima-Cap letzte Woche war. Dementsprechend noch 665. Ich habe jetzt 688 dementsprechend hier mit der Geschichte schon durch. Gut, genug das Vorgeplänkel. Jetzt schauen wir uns an, wo wir die dankbaren Gaben herbekommen. Und zwar ist es so, dass alles, was mit den dankbaren Gaben zu tun hat, hier mit dem Anima-Leiter zu tun hat. Oder Anima-Konduktor, wie er denn auch geschimpft wird. Und diesen können wir uns einmal bei uns in der Pack-Zentrale, das ist bei allen Covernants auch gleich, einmal hier bauen. Den Anima-Konduktor oder Anima-Leiter hier im Deutschen aufbauen. Und umso höher ihr den abgegradet habt, umso mehr Sachen könnt ihr abgrasen. Wir gehen jetzt einmal hier hin und schauen uns das mal an. Und ihr seht, ich habe schon die verschiedenen Strahle hier überall auf die Gebäude ausgewählt. Und bei jedem Gebäude kriegen wir andere Bonis. Am Anfang, wenn wir einen Zweier- oder einen Einser-Anima-Konduktor haben, können wir zwei Sachen auswählen. Wenn wir ihn dann upgraden auf zwei, können wir zwei weitere auswählen. Und wenn wir ihn upgraden auf drei, können wir nochmal zwei weitere auswählen. Ihr könnt jeden Tag aber nur einen Strahl zu einem Gebäude hin kanalisieren. Dann geht hier unten so ein Licht quasi an. Und wenn ihr zehn Lichter aktiviert habt, dann könnt ihr einen dauerhaft aufwerten. Wenn ihr einen dauerhaft aufgewertet habt, dann könnt ihr den anderen auswählen. Ihr seht schon, ich habe es jetzt geschafft, fünf dauerhaft aufzuwerten. Das sieht man hier verstärkt. Steht dann da in grün dran und den habe ich halt heute aufgewertet. Heißt, das sollte man jeden Tag einmal machen. Gut, was bekommen wir jetzt woher? Und zwar hier unten, Haus der Auserwählten, können wir eine Kiste spawnen. Da sind immer zwei dankbare Gaben drin, die können wir jeden Tag aufmachen. Da müssen wir drei Runen aktivieren. Die wird dann auch auf der Map hier angezeigt. Das ist die hier, ich habe das heute extra noch nicht gemacht. Da aktivieren wir dann drei Runen. Die sind immer an einer anderen Stelle hier in so einem Gebäude. Und dann können wir die Kiste aufmachen. Dann, wenn wir hier oben, können wir das Animal hier hin kanalisieren zum Haus der Konstrukte. Können wir Giga umhauen und bekommen auch zwei dankbare Gaben. So, das ist Animal Conductor Stufe 1. Wenn das Animal Conductor Stufe 2 ist, können wir einmal hier zum Haus der Seuchen unseren Animastrahl kanalisieren und können hier dementsprechend eine Worldfest freischalten. Die ist immer hier hinten. Die bringt drei dankbare Gaben. Wenn wir es zum Haus der Augen hoch basteln, dann haben wir hier oben einen Daily Spot, wo wir immer zwei Dailies kriegen. Eine Daily bringt zwei und die andere Daily bringt drei dankbare Gaben. Die sind aber sehr aufwendig. Also wenn ihr sagt, ich will zeiteffizientes machen, dann macht diese Dailies nicht. Weil da muss man teilweise sammeln 30 und 50 von dem und so. Also da tigert ihr eine Weile rum und das ist bei allen Covernants gleich. Wir werden nachher auch noch auf andere Covernants tatsächlich eingehen. Und das letzte, was wir haben, wenn ihr den Animal Conductor auf drei habt, dann könnt ihr einmal hier Sabrel beschwören. Dann müsst ihr aber erst hier die, also ihr könnt dann hier die Quest annehmen. Wir haben einmal wettet, wettet auf euch, das ist die normale Quest, die jeder kriegt. Und dann gibt es hier noch die Sabrel Quest. Hier auf Krawallgebürste, die könnt ihr annehmen. Geht dann in die Arena, haut dann die Mobs weg. Also ihr müsst Asmogal töten. Und wenn ihr dann die Runde wieder einmal rum habt, Spawn Sabrel, haut ihr um, bringt drei Abzeichen. So, was könnt ihr jetzt in eurer Base insgesamt holen, wenn ihr, so wie ich, alles abgegrillt habt. Achso, ich habe eins noch vergessen, Haus der Rituale. Das braucht ihr nicht machen. Da kriegt ihr nämlich nur den Buff, bringt keine dankbare Gaben. Quasi Schmutz, das bringt nichts. Also es sind nur fünf Sachen, die was bringen. So, ihr könnt am Tag einmal die Kiste holen, zwei Münzen, einmal die World Quest machen, drei. Haben wir insgesamt fünf. Dann könnt ihr zwei Bosse töten. Giga zwei Münzen, Sabrel drei Münzen, haben wir auch fünf. Zehn. Die beiden World Quests sind einmal zwei und einmal drei. Auch fünf. Insgesamt 15 Münzen am Tag könnt ihr hier farmen. Dafür müsst ihr alles abgegradet haben. Wenn ihr das noch nicht so weit abgegradet habt, dann gradet nicht. Dann haut euren Animastrahl nicht auf das Haus der Konstrukte und auch nicht auf die Arena. Weil die beiden Rares können auch andere Leute beschwören. Und ihr könnt als Necrolord trotzdem die dankbaren Gaben da bekommen. Es ist von Vorteil, wenn ihr das Reisenetzwerk abgegradet habt. Ich kann euch auch zeigen, warum. Wenn wir jetzt hier das Reisenetzwerk abgegradet haben, das benutzen, um hier hochzukommen. Zu dem Haus der Augen war es, glaube ich. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Sind wir direkt da, wo die Dailies sind. Dann kann ich euch das auch mal zeigen. Also hier haben wir die eine Dailie. Die bringt auch noch ganz gut Anima. Dankbare Gaben. Bisschen Gold. Und hier haben wir die andere. Die bringt dann drei dankbare Gaben und auch 300 Gold. Also theoretisch, wenn man sagt, okay, noch ein bisschen Gold mitnehmen, die lohnen sich. Manchmal gibt es sogar Epic-Teile hier, die halt so hoch sind wie die Worldquest-Belohnung. Also wenn ihr hier halt 180, 190, was es mittlerweile schon gibt, kriegt es halt hier von der Quest auch noch was. Wenn man das braucht, okay, kann man mitnehmen. Genau, das sind so die Sachen. Und heißt, wenn ihr Necrolord seid, könnt ihr, und das Ganze abgegradet habt, 15 dankbare Gaben in der Woche mitnehmen. Ihr könnt jetzt aber in allen anderen drei Gebieten auch die Rares umhauen, die über den Animal-Kontakte beschworen werden können. Und zwar, bei denen als Kyrianer kann beschworen werden, Schwingen, Schinder der Grausame. Der droppt zwei dankbare Gaben. Den könnt ihr auch als Necrolord mit unboxen. Ich gehe meistens ran und hoppe dann halt so lange, bis er da ist, also in andere Gruppen. Dann kann man Orestos und Sortiros oder wie, Sortiros umboxen, irgendwie so heißt die. Die bringt drei dankbare Gaben. Also das ist Animal-Kontakte 1 bei den Kyrianern, Animal-Kontakte 3 bei den Kyrianern. Da sind aber sehr selten Gruppen drin. Heißt, ihr könnt, wenn es optimal läuft und ihr für beides eine Gruppe findet oder die halt so da sind und die, die umklopft, nochmal fünf zusätzliche Abzeichen kriegen, sind wir bei 20. Und dann könnt ihr im Adenwald hier das Sternsee-Amphitheater, den Rare umklopfen. Da sind ja immer andere. Der muss aber auch beschworen werden, hier in dem Fall jetzt von einem Night Fae. Die sind aber oft da. Zwei Münzen bringt der Boss. Könnt ihr einen immer pro Tag töten. Und weil wir, den könnt ihr auch töten, da solltet ihr eine Gruppe suchen. Der droppt unter anderem auch einen Mount, aber nur für Night Fae. Aber die dankbaren Gaben kriegt ihr mit allen Covernants. Hier ist es so, dass er drei droppt. Das ist Animal-Kontakte 3 bei den Night Fae. Das ist Animal-Kontakte 2 bei den Night Fae. Heißt, nochmal fünf Marken. Sind wir jetzt insgesamt bei 25, die wir als Necrolord täglich bekommen können, wenn wir alles mitnehmen. Dann gäbe es noch zwei weitere Rare's. Animal-Kontakte 1 ist Harika bei den Ventir. Und drei ist Schmiedemeister Madalav. Die droppen aber für Necrolords beide keine Münzen. Sie sollten Münzen droppen. Wahrscheinlich auch zwei und drei. Ihr kriegt sie aber nicht. Zumindest habe sie eh nicht gekriegt. Und ich werde euch jetzt dann auch bei den anderen Covernants aufzeigen, wer wo die Münzen bekommt. Es ist nämlich teilweise ein bisschen tricky und es ist ein bisschen buggy. Das sind so die Sachen, die ihr jetzt als Necrolord bekommen könnt. Jetzt switchen wir mal hier weiter auf mein Ventir-Char. Und zwar bin ich auch mit dem natürlich am Münzen farmen. Ich habe mit dem auch schon 259 von den dankbaren Gaben. Und hier ist es so, dass es natürlich, wenn ihr alle Collector-Bits haben wollt, ihr müsst quasi bei allen Covernants einen Char haben oder es wird später durch und da dementsprechend die dankbaren Gaben farben. Ich bin jetzt hier schon am Animal-Kontakte und ihr seht, hier haben wir jetzt auch wieder verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und als Ventir ist es so, dass ihr auch wieder insgesamt sechs Möglichkeiten habt. Mit Animal Conductor 1 könnt ihr im Endeffekt hier einmal runter den Animal Conductor verstärken. Da könnt ihr dann Harika beschwören. Und als Ventir, wenn ihr Harika umboxt, die unter anderem auch einen Mount droppen kann, was ich schon habe, habe ich einen Mount Guide schon gemacht, dann ist es so, dass ihr zwei dankbare Gaben kriegt. Dann mit dem Animal Conductor 1 könnt ihr dann auch noch hier oben die Gruft verstärken. Da könnt ihr dann eine Kiste holen jeden Tag. Und zwar diese hier, da ist es dann nicht so mit Runen, sondern ihr müsst dann halt so einen Sarg anklicken und immer so einen Pfad hochlaufen. Da sind zwei drin, manchmal sogar drei, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen ungerecht, dass die Ventir drei manchmal rausbekommen und bei den Necolords nur zwei dankbare Gaben drin sind. Dann haben wir, also die beiden sind Animal Conductor 1. Animal Conductor 2 ist im Endeffekt hier oben Hof der Ernte. Da kriegt es eine World Quest und zwar diese hier müsste das sein. Ach, schau mal, ich kriege für die World Quest aber nur zwei dankbare Gaben. Ah, deswegen kriege ich bei der Kiste 3, okay. Ah, es ist einfach nur umgedreht, also Kiste 3 und World Quest, das ist ein bisschen komisch. Ich mag es immer gern, wenn alles gleich ist, aber okay, egal. Genau, und dann das zweite bei einem Zweier Animal Conductor ist hier oben. Stolz, Sturzweiler heißt das, können wir jetzt einmal kurz verstärken für den Tag. Und hier ist es so, dass wir auch wieder einen Daily Hub haben. Sobald wir das verstärken, haben wir hier einen Daily Hub, gibt es auch wieder zwei Dailies. Eine bringt zwei und eine bringt drei quasi von den dankbaren Gaben. Und wenn ihr dann den Animal Conductor auf drei oben habt, können wir die beiden Sachen hier verstärken. Hier unten müsste es auch einen Buff geben. Wurde mir zumindest gesagt, kann ich euch nicht sagen, müsste genauso wie bei den Necrolords ein Buff sein. Und das andere können wir halt den Rare oben verstärken, den Schmiedemeister Muddy Love, den wir uns vorhin einmal auch rausgesucht haben. Als Ventier ist es so, dass wir in der eigenen Zone von den Rares auf jeden Fall die dankbaren Gaben kriegen. Also von Harrika bekommen wir die dankbaren Gaben. Und theoretisch auch vom Schmiedemeister. Schmiedemeister. Ich hatte das Problem, dass ich die letzten drei oder vier Male auch mit meinem Ventier-Char nicht die Münzen vom Schmiedemeister gekriegt habe. Warum auch immer, ich weiß es. Ich weiß es nicht, deswegen lege ich ihn nicht mehr. Aber von den anderen Quellen können wir es überall bekommen. Heißt, wir kriegen hier drei, hier zwei haben wir fünf. Hier unten beim Daily Spot kriegen wir auch nochmal fünf, haben wir zehn insgesamt. Und noch zwei von Harrika haben wir zwölf. Wir müssten eigentlich von Muddy Love auch nochmal drei kriegen, um auf die 15 zu kommen. Er backt bei mir rum, vielleicht bei euch auch. Dann können wir als Ventier auch wieder mitnehmen das Theater und Valvir. Insgesamt wieder fünf Marken. Und wir können auch hier mitnehmen den Schwingendud und einmal Orestes, was auch zusammen wieder fünf sind. Was als Ventier nicht geht, was rumbackt, ist mal Draxus. Sowohl Giga als auch Sabriel in der Arena bringen keine Münzen als Ventier. Ist komisch, ist aber so, leider. Also das backt ein bisschen. Jetzt switche ich mal nochmal hier rüber, weil ich da ein bisschen besser das mit den Rares habe. Wenn wir dann in die Bastion gehen, ist es so, dass wir auch hier wieder selbige Geschichte haben. Dass wir einmal eine Kiste haben, die war, glaube ich, irgendwo hier unten mit dem Kyrianer. Dann haben wir einen Daily Hub, wo wir Dailies kriegen. Und wir haben eine World Quest, die habe ich mit meinem Kyrianer noch nicht freigeschalten. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wo die sind. Aber wir können auch einmal wieder den Schwingend-Rare hier unten umhauen. Und einmal hier Orestes und Sotiros, dass sie es nur rausbringen. Und müssten hier im Gebiet, wenn wir alles freigeschalten haben, insgesamt die 15 Marken mitnehmen können. Das geht auf jeden Fall. Die Rares droppen auch als Kyrianer das Zeug. Ihr könnt mit dem Kyrianer auch wieder die beiden hier mitnehmen. Also das Amphitheater und Valvir. Es sind nochmal 5, also könnt ihr 20 Marken mitdrehen. Sowohl die beiden Rares in Maldraxxus als auch in Ravendress bringen als Kyrianer keine Marken. Zumindest ist es bei mir so. Und selbiges ist dann beim Adenwald. Beim Adenwald könnt ihr einmal eine Kiste freischalten. Die ist hier oben. Da müsst ihr dann so komische Samen, 5 Samen glaube ich, aktivieren. Dann geht die Kiste auf. Dann gibt es eine World Quest, die sich hier befindet. Dann gibt es einen Daily Spot, der hier unten ist. Und dann könnt ihr natürlich beide Rares umhauen. Heißt, im Gebiet gibt es wieder insgesamt 15 dankbare Gaben zu erspielen. Und ihr könnt dann in der Bastion die beiden Rares umhauen und kriegt da auch die Münzen. Sowohl Maldraxxus als auch Ravendress funktionieren von den Rares nicht. Warum auch immer. Heißt, als Adenwälder kann man quasi, also als Nightfee, kann man im Gebiet die 15 Marken holen. Und in der Bastion die beiden Rares mitnehmen, 20. Wenn man in der Bastion ist, kann man das gleiche machen, nur spiegelverkehrt. Bastion die Sachen mitnehmen und im Adenwald die Rares auch 20 Münzen. In Maldraxxus kann man halt alles in Maldraxxus mitnehmen, 15 Münzen. Die zwei Rares in der Bastion 5 und die zwei Rares in Adenwald 5. Also insgesamt 25. Und in Ravendress kann man alles in Ravendress machen. Muddy Loves backt halt irgendwie für alle. Der droppt halt gar nichts. Also hat man halt 12 Münzen plus Adenwald 5 plus Bastion 5 sind 22. Genau. Also im Endeffekt ist man mit dem Maldraxxus Char am besten aufgestellt. Dann Ravendress und Adenwald und Bastion haben halt so ein bisschen die Arschkarte. Die kriegen so ein bisschen am wenigsten. Ich vermute, dass das mit den Rares ein Bug ist. Wenn dann ist es nur so gewollt, dass man im eigenen Gebiet nur seine dankbaren Gaben farmen kann. Oder man soll eigentlich bei jedem Rares das kriegen und die buggen halt für manche Covernance. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Ob ihr dementsprechend bei einem Rare Münzen bekommt, wo ich vielleicht keine kriege. Ob das nur ein Bug bei mir ist. Ich kann sagen, Bastion und Adenwald klappt alles. In Ravendress und Maldraxxus backt es halt teilweise für die anderen Covernance ein bisschen rum. Genau. Das sind die Möglichkeiten, wie ihr im Endeffekt die Münzen farmen könnt. Ich kann euch empfehlen, den Animal Conductor auf jeden Fall auf zwei abzugraden. Auch mit den Twings und die Kiste und hier immer schön die World Quest mitzumachen. Das sind schnelle Sachen. Vielleicht noch den ersten Rare am Anfang zu killen und den Level 3, Animal Conductor 3 Rare, dann halt irgendwo in eine Gruppe mitzuleachen. Die Dailies kann man machen, muss man aber nicht. Das ist sehr viel Zeitaufwand. Also für die Dailies alleine hat man, glaube ich, mehr Zeitaufwand als für den Rest komplett. Weil ihr müsst teilweise wirklich 30, 40 Sachen looten irgendwo im halben Gebiet. Ich habe sowohl die Dailies jetzt in Ravendress gemacht, in Maldraxxus, als auch im Adenwald. Und die waren alle ätzend. Also das dauert immer relativ lang tatsächlich. Kyriana, da ist mein Schaden noch nicht so weit. Da habe ich auch erst einen Animal Conductor 1. Den habe ich jetzt letztens erst auf Max gespielt. Okay, das waren alle Sachen, die ich euch jetzt dazu sagen konnte. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen vernünftig rüberbringen. Einen Tipp will ich euch jetzt aber noch geben, bevor wir das Video beenden. Und zwar, wenn ihr dann einen Haufen dankbare Gaben gefarmt habt und euch dann Transmog kaufen wollt, achtet auf eins und zwei. Ihr seht, ich habe jetzt hier fünf Waffen, die ich mir mit dankbaren Gaben kaufen kann. Hier einen Dolch. Eins, zwei, drei, vier noch. Also insgesamt fünf. Den Dolch habe ich mir schon gekauft. Und ihr habt jetzt hier eure Klasse drin, in meinem Fall im Druid. Ihr müsst unbedingt dann hier auf alle gehen. Und dann habt ihr auch die anderen Rüstungsklassen drin. Auch hier Kette, Platte und alles andere. Aber euch werden dann auch Waffen angezeigt, die sonst eventuell nicht drin sind. Und zwar, dieser Dolch wurde mir vorher nicht angezeigt. Es ist ein rein kosmetisches Item, aber dieser Dolch ist als Aggie-Dolch gefleckt. Und ein Druid kann zwar einen Aggie-Dolch tragen, aber er kann ihn in keinem Speck-Sinnig verwenden. Deswegen wird er euch nicht angezeigt. Und das Problem haben oft Leute, wenn sie sich irgendwelche Transmog-Teile kaufen wollen, dass Sachen ausgeblendet werden. Ich finde es komisch, dass sogar reine kosmetische Sachen ausgeblendet werden, aber es ist anscheinend das Aggie-Dolch gefleckt. Weil jetzt haben wir nämlich ein Item, zwei Items, die ich mir holen kann, drei, vier, fünf, sechs. Also dieser Dolch, der war nicht drin, wenn ich jetzt nochmal umschalte. Also wir haben ein Dolch, zwei Dolch. Wenn ich jetzt hier nochmal umschalte auf alle Spezialisierungen, Druid, dann ist nämlich nur ein Dolch drin. Und die anderen Waffen hier, weil er halt falsch gefleckt ist. Das kann bei einem Magier zum Beispiel, ich glaube Magier können auch Einhand-Schwerter tragen, wenn ich meine, und Dolche. Dann sind bei euch die ganzen Items, die jetzt als Stärke-Schwert oder als Stärke, Stärke-Dolch gibt es glaube ich nicht, aber einen Aggie-Dolch quasi gefleckt ist, die werden nicht eingeblendet. Dann findet ihr die nicht, deswegen auf alle. Da habe ich öfter schon Kommentare gelesen, dass Leute da die Sachen nicht gefunden haben. So ein kleiner Tipp am Rande noch. Gut, das war es jetzt mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit so ein bisschen weiterhelfen. War jetzt doch ein Dicken länger, als ich dachte. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Wie gesagt, Fragen, wenn sie aufgekommen sein sollten, gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr dann festgestellt habt, okay, ich kann jetzt mit einem Char quasi marken, also die dankbaren Gaben, wo ich sie jetzt nicht looten konnte, schreibt es mir gerne auch rein. Vielleicht hat Blizzard mittlerweile das Ganze auch gefixt. Gut, dann verabschiede ich mich, Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao.